und abwärts trau dich nicht so wie ich ich fall ja immer runter Gerhard hat die Angewohnheit gerne mal zu sterben wenn er einen Meter fällt oh das wäre ungesund da hab ich ja eigentlich ne Mod runtergeladen die das verhindert das wird Yoshi gefallen oh ja das gefällt mir auch Digga was ist denn mit ihm Deine Kopf gegen die Wand zu schlagen wird nichts daran ändern Beste Folge ja man das ist meine Logik arg wo hast du den Troll her? aus Serikanien hab ihn gewonnen in dem Kartenspiel gegen den Kamelhändler Deine Witze werden immer besser lach ich etwa ich mein's todernst Bart sie in Buckelpferde Buckelpferde heißt das Sigi Bart mit dem Sigi gut Buckelpferde du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen also was soll ich hier unten merk dir das Loch da ich komm nachher nochmal drauf zurück siehst du die Tür da dahinter ist die Schatzkammer bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und andere Wertsachen Bart bewachen dann machen Bums zatsch weg ich übersetz mal irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht und du bringst es mir zurück warum machst du das nicht selbst du hast doch Verbindungen zur Unterwelt wozu brauchst du einen Hexer das Gold gehört mir nicht allein nun ich führe eine Art Sparkasse für bestimmte Euro Sparskasse Bank für Eingeweihte der Grund dafür dürfte klar sein ich will nicht dass meine kurzfristigen Liquiditätsprobleme bekannt werden also brauche ich jemanden von außen woher weißt du dass du mir vertrauen kannst ich weiß es nicht ich zähle auf deinen Überlebensinstinkt wenn du einen Fehler machst verfütter ich dich an Bart Bart leid tun Bart das tun müssen bester Traum na schön ich werde dir helfen du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung Hexermutationen die rauben uns die Emotionen sonst würde ich vor Freude an die Decke springen na gut ich sollte mich mal umsehen aber erst ein paar Fragen bin ganz ohr wie viel war das alles wert was schätzt du wieso zum Teufel interessiert dich das geht es dir um den Finderlohn verspricht dir nicht zu viel dafür kenne ich dich doch viel zu gut ich weiß nur gern wonach ich suche drei Truhen nilfgardische Florenen eine Truhe mit smaragden probinen und topasen silberne kerzenhalter und servierteller und so weiter glänzen zatschen alles weg hat irgendwer gesehen was passiert ist außer Bart nein und der genaue Standort der Schatzkammer ist nur den Miteigentümern bekannt ja und den Dieben und oben ist am Takt des Raubs irgendwas ungewöhnliches im Badehaus vorgefallen nein Happen schwört es sei ruhig gewesen wie immer die üblichen Kunden keine Vorfälle eine verfluchte Idyll ich schätze die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen du bist ein echter Meisterdetektiv sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen das ja vielleicht den scheiß Namen von Redaniens König nein aber ich frage mich zum Beispiel woher das Loch überhaupt stand kein Loch Bums Loch Bart wolle nachsehen Bart nicht sehen nur schlafen schlechte Lippse Kopf wir Bums kannst du das näher erklären Bums 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 Große So ein Feuerball Junge Ich mach das Explosion groß genug um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen schlechte Pilze wie meinst du das Pops Sporen die sind hochgiftig ein Atemzug und du bist tot es sei denn du bist ein Troll Ja Bart 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 Troll Ich rede nicht mit dir du Blödmann Wobei stehen ach ja Pops Spuren an den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer hielt dich erst für nützlich zusätzlicher Schutz und so die Diebe haben sie überwunden Bart hast du sie gesehen Bums Bart durch Loch sehen wollen woher Bums Atmen Liebze Schlafen ein Zatsch futsch Böse Troll Böse Troll Na Na Kopf hoch Hast du versucht die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch habe diesen Trottel angeheuert Fomz dumm genug keine Fragen zu stellen haben was gegen die Pops Sporen eingeworfen und sind in die Kanalisation bin aber allein wieder rausgekommen was ist passiert der Kahl hat auf einmal so entsetzliche gerülpst dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fonz, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fonz losgelassen und bin wie wild weggerannt. Kannst du dieses Irgendwas beschreiben, das aus dem Wasser kam? Nein, kann ich nicht. Die Luft dort unten ist voller Spuren. Man sieht kaum die Hand vor Augen. Du musst doch was gesehen haben. Was? Nein, einen Scheiß habe ich gesehen. Und eine taxonomische Untersuchung habe ich auch nicht gemacht. Ich weiß, dass dir das nicht gefällt. Aber ich wollte da weg, so schnell ich konnte. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut. Ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Oh. Bitte spannend. Wie bist du da vor allem? Wie ich? Die Wand ist nach außen gebogen. Irgendwas hat es aufgerissen um die Wand. Die Abflussrohre des Badehauses scheinen hier aufeinander zu treffen. Das Rohrgitter. Die Explosion hat es zerquetscht wie ein Stück Papier und an den Gitterstäben ist Mörder. Es war also zum Zeitpunkt der Explosion noch fest. Es wurde aus der Wagenrohr steine Spuren von Mössern. Wie wir sie kennen und hassen. Wie geht's denn im Darm da rum? Ja. Jetzt ist er weg. Das ist alles. Das ist alles. Das ist ein bisschen gut. Das ist ein bisschen gut. Das ist ein bisschen gut. Oh, schön von mir. Oh, mal. Rechte Startschwierigkeiten, aber dann haben wir ihm ja noch alles gegeben. Ach, er liegt doch an den Armen, ne? Ja! Nice. Ja, das stimmt. Ne, wer liegt denn da? Ne, ne. Da liegt nur ein Reifung. Wie machst du das, ne? Da rechts, ne? Da. Da, da, ne? Der Schläger, den Dijkstra angeheuert hat. Oh, liegt denn hier irgendwas in der Luft rum? Ist ja abartig. Dijkstra hat sonst niemanden erwähnt. Nichts zu Hittersporn gehört haben. Wie war ein Erbrochenes. Also wohl auch das Gegendicht. Aber ein Konter ist ebenso wie eine Kander. Ist ja der Glitter, wenn es Gegend gibt, auskotzt. Ja, ja, ja. Schon gar komisch, ne? Das Problem hätte ich in einem Verstund noch. Elegant ausgedrückt. Ja. Ja. betrunken. Betrunken möglich wird. Irgendwo. Da. Der Boden eines Behälters. Wahrscheinlich von einem Silberzylinder. Eingravierte Runen. Er ist verdreht. Kommt wohl durch die Explosion. Ein Bombenteil. Ganz sicher. Riecht nach... ...Wövernöl. Und... ...Karamell. Mehr gibt's hier unten nicht. Goldmesser. Hier endet die Spur. Dritter Sporn muss den... Braucht mehr Trink. Ja. Wenn wir uns auf ein Boot geladen haben. Ja. Wie hübscher. Kommt's mir bekannt vor. Wir meinen wir teurer. Wuren wir teurer. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Ich hab eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe. Hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fonz. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nichts. War niemand. Meine Sackgasse. Einige Schätze sind aus den Kisten gefallen. Eine eindeutige Spur. So wie in dem Märchen. Das mit dem Bootkuchen. Mhm. Kenn ich. Pencil, Gretel, brennende Hexen. Fast perfekt zu Nobbygrad. Die Spur führt zum Fluss, in den der Kanal fließt. Dort hört sie auf. Ich wette, sie haben den Schatz auf ein Boot geladen. Ja, ein von Kanal Rappen gezogener Karren ist unwahrscheinlich. Und da Boote keine Spuren hinterlassen? Was für eine Scheiße. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Huhn. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Hüvernöl und Zucker. Zucker? Hier halt für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Oxenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet? Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Wupps, die Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühl mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose. Ich mag Hinken, aber sehr sympathisch. Das ganze Spiel ist so abgefuckt, ey. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Okay. Nichts Interessantes. Es wäre auch so schön, wenn es das erste gewesen wäre. Ja. An der Oberfläche schwimmt was. Sieht aus wie Öl. Silberdeckel. Passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Extra. Komm mal her. Was gefunden? Mh. Einen Teil der Bombe. Happen. Lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tourisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster. Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhard vertraut. Stimmt. Aber ich habe Philippa Eilhard nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kubirischen Gefängnis geholt. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runter gespült. Happen. Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Bertolt Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Markgraf Henkel? Wer ist das? Wer das war, meinst du? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in dem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber, aber ich habe ihn gesehen, Herr Reufen. Ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein. Er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Haben wir so genug. Arig. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Oh! 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 Ich hab's angefangen! Du meine Güte! Was für eine Missgeburt! Was? Mann! Da ist kein Schlauch. Nett, oder? Ja. Was ist das denn? Okay, jetzt. Was ist denn los? Was für eine Bruchbude. Erinnert eher an einen Bettler-Schuppen als an das Stadthausen. Wetter Sporn hat wirklich interessante Bräume. Fußspuren. Weißt du, was wir vorhaben, oder? Looten und Level? Ja, Mann. Das Übliche. Oh. Nichts übersehen hier. Steht sogar was drauf. Silber Zylinder. Der Boden sieht aus wie der aus der Kanalisation. Die haben einfach mal eine Handgranate gebaut. Das ist so. Bombe. Bombe Dunkel. Ja, Mann. Ja. Gerard. Ja. 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 Der Wein aus deinem Geburtsjahr. Einfach vorzüglich. Verblüffendes Bouquet. Du musst ihn versuchen, aber leg die Flasche wieder dahin zurück, wo sie herkommt. Aus deinem Geburtsjahr. Könnte das von Rittersporn sein? Oder von Ciri. 1245 bis 1254. Hm. Befriedigendes Klicken im nächsten Raum, glaube ich. Oh, ja. Ja. Ein Geheimzimmer. Hier haben Rittersporn und seine Leute wohl den Raub geplant. Eine Anleitung zum Bau einer Bombe. Unterschrieben von einem gewissen Kalkstein. Zucker. Und Klumpen von einer Substanz, die in Vyvernöl getränkt ist. Kalium. Sieht so aus, als hätten sie hier die Bombe gebaut. MacGyver. Ciri. Menge folgt mir. Er hat den Schatz. Er hat Drittersporn. Du musst fliehen. Schritte. Nicht gut. Ein Fleck. Wüvernöl. Dijkstra. Und Triss? Ich hatte nicht erwartet, dich hier zu sehen. Erst recht nicht mit Triss. Ich fand, wir könnten jemanden mit Magiekenntnissen brauchen. Ich sterbe vor Neugier, was die Runen auf der Bombe angeht. Sterbst du auch vor Neugier, Triss? Nein. Ich bin wegen des Geldes hier. Ah. Merrygold gibt die zynische Materialistik. Herrlich. Sie ist tatsächlich wegen ihrer Ideale hier. Mit Gold kann sie ihre Kollegen retten. Wenn ich meinen Schatz wieder habe, kann ich ihr helfen. Ganz einfach. Wo ich gerade dabei bin, verzeih meine buklerische Ausdrucksweise. Aber weißt du jetzt, wer verfickt nochmal mein Gold hat? Moment. Sag mir zuerst, was du hier machst. Wir hatten vereinbart, dass ich zu dir komme, wenn ich was finde. In der Tat. Aber ich war besorgt und dachte, ich sehe bei dir mal nach dem Rechten. Schwachsinn, du traust mir nicht. Ich traue dir so sehr, wie du mir. Also gar nicht. Eine gesunde Beziehung, glaub mir. Meine Herren, es ist eine Ehre, Zeugin eures intellektuellen Gefechts zu sein. Doch bedenkt, dass ich im Gegensatz zu euch mein Leben riskiere, wenn ich nur auf die Straße gehe. Sei es nur, um herzukommen. Könnten wir also bitte zur Sache kommen? Du hast Triss umsonst bemüht. Es ist sinnlos, die Bombe zu untersuchen. Weil? Weil ich schon weiß, wer deinen Schatz hat. Der Kommandant der Tempelwache. Caleb Mengen. Tja, Merigold. Zum Lohn gibt's noch eine Portion Rache frei Haus. Geralt, wirst du wohl so freundlich, mich auf den letzten Stand zu bringen? Ich bin sehr neugierig. Was ich erfahren habe, spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle? Du hast eingewilligt, mir zu helfen. Ja. Deswegen muss ich dir aber nicht alles sagen. Diesmal lass ich dir deine Dreistigkeit durchgehen. Aber nur, weil seine Hoheit, der Magra, wirklich was mit dem Diebstahl zu tun haben könnte. Mengen hat in letzter Zeit viel Geld ausgegeben, obwohl er meines Wissens keinen Kopper haben sollte. Und was jetzt? Soweit ich weiß, ist Menge Nacht bei den Docks und den Hexenquartieren. Vielleicht besucht ihr ihn mal und fragt ihn, wo er mein Gold für mich aufbewahrt. Wir machen also deine Drecksarbeit und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Schätzchen. Wenn ich jemanden benutzen kann, dann tue ich es auch. Es ist bequem. Und sicher. Gib zu, dass du Angst vor Menge hast. Natürlich habe ich Angst. Er ist ein gefährliches Arschloch. Triss würde mir wohl zustimmen. Nicht mit diesen Worten. Aber grundsätzlich schon. Menge wird wohl kaum freiwillig gestehen. Wohl nicht. Wie gut, dass ich dafür einen Hexer und eine Zauberin habe, die schon so viel zusammen durchgemacht haben. Was hat unsere Vergangenheit damit zu tun? Eine Menge. Liebende würden alles füreinander riskieren. Das kommt mir sehr gelegen. Das steigert eure Chancen, aus den Jägerbarackenläden rauszukommen. Mit meinem Schatz. Also Bart. Das zweite. Mit anderen Worten. Du benutzt uns. Benutzen? Nicht doch. Ich mache nur das Beste aus dem Band zwischen euch. Tja, Turtlesäubchen. Ich muss jetzt los. Viel Glück. Ich dachte, du stellst es richtig und sagst. Du weißt schon. Das war's. Du hättest es auch richtig stellen können. Stimmt. Aber es ist nicht einfach, das zu sagen. Oder? Wir sind vom Thema abgekommen. Wir müssen einen Schatz bergen. Triss, ich muss dir was sagen. Dijkstras Gold ist das Letzte, was mich interessiert. Das dachte ich mir. Es geht um Ciri, nicht? Menge hält Rittersporn irgendwo fest. Und Rittersporn hat Ciri gesehen. Das ändert alles. Hört zu. Wir treffen uns um Mitternacht bei der Kapelle des ewigen Feuers östlich vom Hafen. Wir finden schon einen Weg in die Jägerbaracken. Gut. Bis dann. Und danke. Tja. Das bin der Gaudi heute Nacht. Oh ja. Bis dann.